mit übrigens noch niemand die frage beantwortet wie man wieder hochkommt mach mal die tür auf mach da mal die tür auf los mach die tür auf ja mach ruhig die tür auf ich kann durch die tür angreifen sehr gut ja schon blöd gegen ein bogen schützen kann ich verstehen kann ich verstehen ich würde das auch blöd finden wenn ich gegen mich selbst spielen würde ich meine kämpfen natürlich das hier ist kein spiel guckt euch die ganzen seitengänge an ach so das heißt das vierte fröhlich vor sich hin geballert und mich abgeknallt mit irgendwelchen zaubern während ich panisch versucht hätte eine möglichkeit zu finden die tür zu öffnen damit ich ihm einschenken kann aber so wie wir das gemacht haben geht das natürlich auch das finde ich sogar besser leute plötzlichen lauten sounds machen mich wahnsinnig oh jesus guckt euch das an was für ein clusterfuck blut eines riesenwurms bitte was mein armer riesenwurm sie haben ihm blut abgezapft warte blitzsturm ich mach ich mach mal einfach so ein paar fakten hier an damit wir uns etwas markieren können wo wir schon entlang ob ok hallo ich wollte gerade einen tanz machen ja damit hau ab einmal einmal mache ich mir die fackeln an um meinen weg zu markieren und dann werde ich sofort wieder von irgendwelchen skeletten penetriert ups unfassbar lasst mich einfach nicht in ruhe ich weiß auch gar nicht wo ich anfangen soll zu suchen ich bin das nämlich alles absolute gangliche oh verwirrung zu spät umgedreht ah ok das waren dunkle flammen flammen der dunkelheit ach hier bin ich wieder ok 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 die höhe ist von einem feuerschild umhüllt hier würde nur ein gewaltiger eisschaden etwas ausrichten ah und ich habe gerade eben blitzschaden oder sowas gefunden warte mal lass mal was warum ist das denn jetzt da offen ah warte mal mal mache ich eine ganz doofe frage einfach in den raum geworfen nebenbei kann es sein dass ich rein zufällig sofort den richtigen weg entlang gegangen bin schon wieder tatsächlich so viele wege gab es da eine große tür am ende des ganges moment wir gehen da gleich rein ich muss erstmal hier herausfinden was es mit dieser brennenden tür auf sich hat und hatte ich die diesen sturm zauber nicht eingesammelt habe war das blitz oder eis das war genau blitzsturm habe ich eingesammelt eissturm oder eisblitz so eisblitz wird wahrscheinlich nicht reichen oder frostblitz ich nehme an ich brauche auf jeden fall irgendeinen zauber den ich nur hier finden kann in deinem speziell zauber hier rechts runter bin ich das letzte mal gegangen gibt es noch links runter hier land aus schütter fachgeister klaster fachgeister so alles ok alles gut alles unter kontrolle guck mal an hallo ich suche entschuldigung entschuldigen sie die ruhe 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 störung kampfschrei des drachen cool werde ich zwar wahrscheinlich nie benutzen aber cool ist cool ich mache diese dunkle ich nur langsam kehre also für uns ist es nicht wirklich dunkel aber katakomben 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 ich möchte keine katakomben mehr es ist so hallo zieh am hebel geht nicht jetzt geht es pass auf bewegt sich nicht wir haben so oft schon diese eingelassenen gräber gesehen habe ich jetzt öfter schon irgendwelche ähm hebel übersehen die da eventuell waren ach vielleicht habe ich die eine tür aufgemacht indem ich den einen ritterkopf verschoben habe das kann sein das könnte tatsächlich sein dass ich einfach zum spaß den ritterkopf angefasst habe und es direkt die richtige aktion war ich bin mir nur noch nicht so ganz sicher wie wir am besten diese feuer achi ist noch ein oh gott ich bin so blöd fast volle karte die beine gebrochen legendäre seelenfalle eissturm wäre jetzt eher so mein geschmack hier ist sonst nichts oder schriftrolle lasst der welt hinzugefügt oh gott dies aber schwer nein dadurch wird meine zauberliste nur länger und unübersichtlicher gewaltiger eisschaden ich denke nicht dass ich was ausreichendes habe aber lasst uns eine sache kurz probieren eisblitz denke nicht dass 70 schaden reichen aber eisschaden war viel zu gering ihr benötigt etwas stärkeres ok das ist das was ich testen wollte viel zu gering 80 punkte ist ein bisschen höher ich glaube ich brauche eine spezielle ja ich brauche irgendeine spezielle schriftrolle die ich wahrscheinlich nur hier finden kann na gut weißt du was ich würde sagen wir merken uns einfach dass hier noch etwas war und gehen jetzt einfach mal weiter und vielleicht bestimmt habe ich irgendwas übersehen weil dieses stockwerk ist hier riesig das ist aber sehr auffällig dieser eine weg da diesen einen weg will ich mir noch kurz zusammensuchen und wenn wir da auch keine besondere schriftrolle gefunden haben dann sage ich okay weißt du was kack drauf achso ja genau der gang der nicht sichtbar ist genau der hinter der feuertür gut wir werden sehen wir werden sehen ich würde sagen wir machen jetzt einfach hier ganz regulär und normal weiter und vielleicht finden wir ja irgendeine rolle weiter unten ich mach das furchtbar nervös yes yes wenn ich nicht sehen kann was am anderen ende einer langer einer langen halle ist einer langer halle langer halle so was ist los kann ich einfach aufmachen tor ist viel zu schwer mit muskelkraft werdet ihr jetzt nicht öffnen können probier es doch wenigstens okay in die schatten in die schatten ganz genau ganz genau meine freunde so ist gut so ist ausgezeichnet und eins und zwei oh habt ihr das gesehen okay wollt ihr alle nochmal zwei fackeln sind von alleine angegangen interessant habt ihr irgendwas gehabt oh guck mal hier zeremonieller schädel so einen habe ich echt lange nicht mehr gefunden ich weiß zwar immer noch nicht ob ich sie wirklich brauchen werde dann später aber kann ja nie wissen wie sieht es jetzt aus oh shit tic tac toe advanced edition hier oder was ist da los endlich der schrein doch irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen zum beispiel die ganzen untoten vorher irgendeine fremde magie liegt darauf ob das etwas mit dem fluch mir fallers zu tun hat und was soll ich jetzt tun hm im zweifelsfall würde ich erstmal dazu raten einfach drauf zu pinkeln ich habe gehört das sollte auch desinfizierend wirken vielleicht bringt das ja was man kann ja nie wissen ich denke wir können aufhören zu schleichen stein oh okay mit hilfe des schwertes des strein schreinwächter steinwächter oh yeah stone öffnete ich den zugang zu einem altar die anderen gitter blieben allerdings verschlossen ja 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 okay was das hier für ein schild kann ich das nehmen so ein gusseisen schild gustav gustav nein so altar oh ach what is this okay als ich einen zeremoniellen schädel auf den altar legte hier löste es etwas aus was genau kann ich nur vermuten ja dafür haben wir den wohl eingesammelt moment meine fackel ist leer gegangen ich brauche keine neue fackel da haben wir es gut gut ich nehme an ich soll den jetzt nochmal rein das ist jetzt nicht nötig gut okay ist wohl hier auch nichts ich wurde halt schön gebufft das hat es gebracht kann ich hier wieder irgendwelche helme oder statuen drehen guck mal hier es leuchtet grün 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 die farbe der hoffnung der wolf das lamm hurz der blaue dampf der grüne nebel huuuu huuuu unmotiviertes hurz hm fackeln kann ich nicht anmachen mal rein stellen hier hallo ich bin wichtig nein auch nicht guck mal da hängt das schild gerade ich möchte auch dass dieses schild gerade hängt das macht mich wahnsinnig hm 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 wird wohl nicht gehen okay an den statuen kann ich auch nichts verschieben die fackeln kann ich nicht anmachen kann ich irgendwas anfassen fass es an okay oh what ich wollte gerade sagen inklusive sound effect exklusive durchgehen what das große tor in der krypta führte mich an einen fremden ort also gab es da nichts mehr zu erledigen oder habe ich was verpasst ob hier wohl die seelen der ritter sind von denen pelagius sprach die seelen die mephala gefangen hält warte das ist eine neue quest ahm ihr solltet eure angelegenheiten hier klären bevor ihr in die krypta zurückkehrt ah das heißt ich werde auf jeden fall in die krypta halt ne zurückkehren können sehr gut sehr gut dann machen wir zuerst die seelentaufe seelentraufe wie eine regentraufe boah ob sie so ruß so noch dann nachdem ich jetzt meinem den die tieren einer halbengrein arbeit gemacht habe diese ganzen wurzeln- begriff einzublenden viel spaß ja dumm nur dass ich das selber mache damit ich brauche einen editierer will irgendwer meine videos so editieren wie ich es immer mache ihr kriegt auch pro video zehn cent ist ja das doch ein faires angebot kann man so machen oder also kommt hier das ist doch hier ex exquisit exklusiv angebot es ist schon hier eine schon das ist für mich in der menge weißt du bescheid ich folge einfach mal hier der treppe weiter nach oben das fühlt sich nicht richtig an ich mach einfach mal trotzdem weiter warte was ist ich speicher mal kurz was wenn ich mich da einfach fallen lasse auf diesen weil der bereich sieht am wichtigsten aus das normale ziegel ok ok sie sieht nicht so aus als ob ich das tun sollte dann lass mich zuerst ganz regulär höre in die traufe alles sieht hier mega geil aus ist also das muss ich kurz sagen und stehen bleiben kurz anschauen richtig war deluxe so ein design gefällt mir das darf und auch steinlawine sehr gut ausweichen los sowas darf ruhig öfter vorkommen sowas mag ich sehr sowas mag ich mehr gut ein bisschen wüste ist natürlich auch vollkommen in ordnung das macht ja alles stürzt ja ab was habe ich hier am sack wüste ist auch in ordnung wüste fand ich auch sehr stylisch aber halt für eine bestimmte zeitdauer und nicht 20 stunden lang mit meiner katzen gleichen eleganz miau guck mal dahinten haben die irgendwas brauchbares seelen kobold sie stehlen die seelen von denen die das reich betreten und essen sie sie verleiben sie sich ein ja müssen sie mich ausgehungert sein kommt halt niemand vorbei das ist ein bisschen bitter durch diese ganzen an könnte meinen sie haben das absichtlich extra für mich gemacht ist ja klar weil wurzeln gibt es ja sonst nicht das ist ja größer und es sieht aus als ob es einkrachen würde du kannst mich nicht täuschen der stein war anders gefärbt es war ein krach gestein naja kaum zu glauben dass sie wirklich von mir verlangen dass ich so stanz mache ist das hier ja sieht gut aus sieht die ganze zeit schon gleich aus ich weiß nicht ob das gut aussieht das sieht ja auch so offiziell zugänglich aus moment dass wir das kurz näher untersuchen ob das feindliche geister sind müssen wir erstmal hin hier könnte ich eigentlich abkürzen wahrscheinlich nach oben aber ich folge mal lieber den standard weg ich habe ein bisschen angst irgendetwas kaputt zu machen dass ich irgendetwas irgendeine reaktion nicht triggere weißt du irgendein geist will mir vielleicht irgendetwas sagen voll die dringende message für mich kommt auf mich zugelaufen so hallo da seid ihr ja in hallo wo geht ihr hin und ich spring so quer also was seid ihr für geister möchtet ihr mit mir sprechen das ist